Ein Hacker hat angeblich DNA-Profile der britischen Königsfamilie gestohlen, wie in einem Bericht erwähnt wird. Der Bericht besagt, dass ein Hacker, der sich online als Gollum identifiziert hat, genetische Profile von 4 Millionen Menschen im Darknet veröffentlicht hat. Die genetischen Profile wurden angeblich von der DNA-Testfirma 23andme gestohlen und auf den Cyber-Kriminalitätsmarktplatz British Foren veröffentlicht. Gollum behauptet, dass die gelegten Datenprofile der britischen Königsfamilie, Dynastien wie die Rothschilds und die Rockefeller sowie einige der wohlhabendsten Menschen in den USA und Westeuropa enthalten. Die Identitäten der Mitglieder der königlichen Familie, die vom Hacker ins Visier genommen wurden, wurden nicht enthüllt. Die königliche Familie hat bisher nicht bestätigt, ob der Datenverstoß legitim ist, aber TechCrunch hat die Echtheit Syslex unterstützt. Gollum behauptet, dass die gestohlenen detaillierten DNA-Profile E-Mail-Adressen, Fotos, Geschlecht, Geburtsdatum und genetische Abstimmung enthalten. Der Hacker schrieb online, ich möchte daran erinnern, dass selbst die Daten, die ich hier teile, extrem wertvoll sind. Eine Quelle nahe einem Insider der königlichen Familie sagte, dass die gestohlenen Daten möglicherweise medizinische und DNA-Ergebnisse von Harry und Meggans Kindern enthalten, sofern es solche gibt. Warum die königliche Familie eine DNA-Untersuchung an ihnen durchgeführt hat, geschweige denn, dass diese Kinder in der Thronfolge mit königlichen Titeln stehen, ist nicht bekannt. Die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs hat ein Anrecht auf den Nachweis ihrer Legitimität, der bislang nicht erbracht wurde. Sogar die Times hat vor einigen Wochen zugegeben, dass Harry, der ohne legalen Aufenthaltsstatus in Großbritannien bleibt, gegen das Gesetz verstößt, während die Kinder auf dieser Liste stehen. Wir haben jedes Recht zu erfahren, ob sie existieren und wenn ja, ob sie von einer Leihmutter stammen oder nicht, da viele Briten nicht glauben, dass sie sorgfältig versteckt werden. Michael und Harry haben diese Welle der Wut verursacht. Die jüngsten Ereignisse haben deutlich gemacht, dass Meghan und Harry schlechte Eltern sind. Die Tatsache, dass sie die Kinder sowohl aus geschäftlichen als auch aus Freizeitgründen zurücklassen, wirft Fragen über ihre Prioritäten und Existenz auf. Ein Bild sagt mehr als tausend erfundene Geschichten und die verschwommenen Fotos und Videos der Kinder. Sie sehen nie glücklich aus, nie lächelnd und lachend. Sie wirken jedes Mal verwirrt und ernst. Nichts deutet auf glückliche, gesunde Kinder und eine glückliche Familie hin. Wir sehen die Wahrheit. Keine PR-Maßnahmen werden daran etwas ändern. Ein Nutzer kommentierte auf Twitter, Meghan weiß, dass sie mit Archie und Lilibet um Aufmerksamkeit konkurrieren kann. Deshalb sind die Leihmutter oder Phantom-Kinder nie zu sehen. Narzissten wollen normalerweise nicht um das Rampenlicht konkurrieren, wenn sie es verhindern können. Ein anderer sagte, es gibt keine Kinder. Sie kümmern sich nur um Geld. Ein anderer postete wütend, die königliche Familie ist mitschuldig. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Monarchie, M.I.S.X. und so weiter nicht jedes Detail von Archies Geburt kennen. Archie ist wahrscheinlich Harrys leiblicher Sohn. Harrys Sperma wurde verwendet, aber Meghan ist nicht die Mutter. Sie vertuschen es. Etwas ist dort nicht klar. Meghan, wie immer, ist eine Feiglinge und will die Kinder nicht im Vereinigten Königreich. Die Katze ist aus dem Sack, Meghan und Harry haben eine ganze Geschichte parat, falls sie darauf angesprochen werden, ob Meghan die leibliche Mutter der Kinder ist. Warum sie alles versteckt haben, verstehe ich einfach nicht. Alles, was König Charles tun muss, ist abzuwarten. Vergessen Sie nicht, diese Kinder wurden während der Regentschaft von Königin Elisabeth, nicht während der von König Charles, geboren.